Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Unser Abwehrspieler Tobias Müller steht bei mir bei FCM TV. Tobi, zwei Tage nach dem Hansa-Rostock-Spiel richtet sich der Blick nach vorn. Trotz allem nochmal die Rückfrage zur Partie. Was waren so die Kernpunkte in der Analyse nach dem Ostderby? Ja, ich denke, wir können viel Positives mitnehmen. Nichtsdestotrotz waren wir dann am Ende trotzdem nicht zufrieden mit dem Punkt, wenn du hier 1-0 in Führung gehst zu Hause, dann eigentlich die Chancen hast, das 2-0 zu machen. Das haben wir dann versäumt. Und im Endeffekt nach dem Ausgleich hätte es, glaube ich, dann in beide Richtungen gehen können. Ich denke, wir sollten daran weiter fest glauben, dass wir gesehen haben, wir können uns Chancen erarbeiten und hier und da vielleicht die ein oder andere Chance weniger zulassen vom Gegner, dann bin ich da sehr positiv. Und die Entwicklung ist da dann zu sehen, dass wir auch irgendwann die Ergebnisse jetzt holen. Woran lag es aus deiner Sicht, dass wir nach dem Seitenwechsel 15 Minuten Schwierigkeiten hatten, dann fiel ja leider auch der Ausgleich für Hansa? Ja, es ist immer schwer, dann zu erklären. Ich denke, wir waren ja dann in der Kabine und wir haben uns fest vorgenommen, dann so wie am Ende der ersten Halbzeit die zweite Halbzeit zu bestreiten. Dann haben wir, glaube ich, gleich mal zwei, drei Druckphasen von Hansa Rochsorg überstehen müssen, wo sie uns dann hinten reingedrängt haben. Und, glaube ich, dann mit dem Ausgleich sind wir dann wieder zurück ins Spiel gekommen. Und es ist halt ärgerlich, dass es dann wieder dieses Gegentor braucht, um uns zurück wieder in das Spiel zu bringen. Wie groß war deine Freude, dass Beckus sein erstes Punktspiel-Tor geschossen hat? Beziehungsweise wie bedeutsam war es auch für die Mannschaft? Ja, also für mich hat es sehr gefreut, dass er wieder ein Tor gemacht hat. Ich glaube, das tut auch ihm extrem gut. Er ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Spieler, der dann natürlich auch wahrscheinlich die Minuten dann irgendwann gezählt hat, wie lang es schon her ist. Es ist für uns wichtig, für ihn sehr wichtig. Und ich hoffe, dass es bei ihm jetzt dieser Knotenlöser war und dass er jetzt die Dinger wieder reinbombt da vorne. Viele Fans haben sich Sorgen gemacht. Zum Ende hinter der Partie musstest du verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Wichtige Frage, wie geht es dir? Und wie schaut es für morgen aus für die Partie in Zwickau? Ja, also das war ein Zusammenprall mit dem gegnerischen Stürmer. Ich glaube, beide mit dem Knie gegeneinander gestoßen. Es war einfach in dem Moment ein höllischer Schmerz. Es war gestern dann auch noch nicht so top, aber jetzt heute habe ich keine Probleme. Und da steht für morgen dann auch der Einsatz, glaube ich, nicht in Frage. Letzte abschließende Frage mit Blick auf morgen. Was erwartet uns in Zwickau in diesem Ostduell? Ja, also es ist ein sehr kampfbetontes Spiel. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir sind, denke ich, gut vorbereitet. Es gilt, die Zweikämpfe anzunehmen, gut zu stehen, die zweiten Bälle dann aufzusammeln. Und ja, trotzdem die spielerischen Elemente, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben, gerade auch mit dem Spiel dann nach vorne im letzten Drittel, da noch konsequenter dann zu sein. Aber trotzdem die Art und Weise dann beizubehalten. Tobias, wir wünschen dir und der Mannschaft morgen viel Erfolg in Zwickau und natürlich maximale Erfolge. Danke. Danke. Danke schön. Danke. 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 Danke.